Was habe ich aufgenommen? Hallo? Was habe ich aufgenommen? Achso, okay. Ähm, wir spielen jetzt, ähm, hier auf einem, auf meiner Survival-Map. Äh, ja, okay. Ähm, ja. Ähm, so, ich muss mal kurz hier gucken. Ähm, hier die Welt. Ähm, so. Was noch mal? Also aufnehmen Sachen. Ja, ach so, äh, stream, ja, ich stream manchmal. Aber ich habe hier schon lange nicht mehr gestimmt. Eine Woche oder sowas nicht mehr. Ach, bei welchem Stream denn? Achso, einer meiner ersten Streams jetzt. Ach ja, ja. Ja, da, 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 da war ich, ähm, Dings. Ja, da, da, das waren noch schlechte Streams. Habe ich mir noch nicht so viel Mühe gegeben. Ich bin jetzt drin, äh, ich lade dich jetzt ein. Oh, jetzt ist aber hier Regen richtig laut, warte. Muss man jetzt ein bisschen leiser stellen. So. Ähm, warte, ich lade dich schon mal ein, dann kannst du ja reinkommen. Oder sowas. Warte, wie hieß du nochmal? Ach, Vokaneichel. Ja, okay. Hier, warte, ich lade dich ein. Aber, Digga, bitte, bitte nicht grieven, okay? Was, äh, grieven ist, wenn du, ähm, zum Beispiel jetzt einfach was kaputt machst. Ich habe ja hier schon, ich spiele die, Map habe ich ja schon so um die im Monat. Und ich spiele hier ganz oft drauf. Und, äh, grieven ist halt, dass, die kommt in die Map, ähm, zu klauen oder kaputt zu machen oder so. Was. Okay. Ist gut. Ich kann dir auch dann ein paar, paar Diamanten oder sowas geben. Aber bitte auch nichts aus den Thronen oder sowas nehmen. Weil das brauche ich alles. Jo, das wäre, das wäre eigentlich, äh, ziemlich nett. Ich weiß gar nicht, was, warum, äh, wie lange dauert es, bis du in Minecraft drin bist. Dauert es noch lang, oder was, oder musst du noch ein Update laden. Du musst doch Minecraft laden. Oh, 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 oh mein Gott. Ja, also, wie lang dauert das noch, bis du in Minecraft drin bist? Kannst du vielleicht bisschen lauter reden, vielleicht? Man hört dich wirklich sehr schwach. Ich habe meinen Hedgeheds sehr laut gemacht. Achso, okay. Das ist dann ja natürlich nicht so cool. Ich sehe mal das, was umstellt. Also, kannst du jetzt noch nicht Minecraft kommen? Achso, kommst du jetzt? Okay, nice. Ja, okay. Ich bin hier oben auf die Insel. Warte mal, du bist, glaube ich, noch beim Spawn, glaube ich, aber der Spawn ist nicht so weit weg. Ich komme mal zu dir. So, warte mal, hier. Ich glaube, bist du beim Sumpfgebiet? Stimmt, warte mal. Habe ich gerade eine Karte schon dabei? Mein Texture Pack bugt voll. Das nervt übelst. Ich habe halt BD-Craft und irgendwie hat dieses BD-Craft sich mit einem normalen Minecraft Texture Pack gemixt. Das sieht voll scheiße aus. So, warte mal, wo bist du? Ja, okay, du bist hier in der Nähe. Ich komme mal zu dir. So, warte mal, ich komme. Äh, ich sehe... Ah, da bist du ja. Äh, komm mal mit, warte mal. Ich habe gar nichts... Doch, ich habe hier noch was zu essen. Ich habe hier noch ein paar Brote. Moin. Vulkaner, ich will. Äh, komm mal mit. Zeig dir mal, wo wir gebaut haben. So, ähm... So. Sieben. Och, der ja. Mit sieben Jahren fort, ey. Das ist ja, das ist natürlich nicht so cool. Ähm, okay. Siehst du schon da die kleine Insel? Da sind unsere ganzen Villager drauf. Die Map habe ich damals mit, ähm, einem Kumpel gebaut. Aber, äh, mit dem Kumpel habe ich nicht mehr so viel Kontakt. Deswegen. Also. Okay. Ähm, nee, ich muss gleich, ich muss gleich, ich muss gleich noch meinen gehen. Oh, egal, wie sehen die Blätter hier aus, boah. Okay, hier kannst du dich, ich, hier, so sieht das aus. Kannst du vielleicht so lang den Haus bauen, ich gehe so lang kurz weg. Ich muss Diamanten meinen oder sowas. Weil ich kann dir mal so lang ein paar Dears geben. Ich habe ja auch noch ein Stack Diablöcke hier in einem paar. Ja, und das wirklich gemeint. Äh, gefarmt. Weil wir, weil hier noch gar keine Cheats an sind. Das ist, also das ist meine heftigste Überlebensmap. Wir haben bestimmt, ich und mein Kumpel damals haben bestimmt irgendwie sechs, zehn Stunden oder so Diamanten gefarmt. Aber das natürlich nicht auf einmal, sondern so auf, äh, länger Tage oder sowas. Macht ihr damit was Schönes, ähm, bau dir vielleicht hier irgendwo dein Haus, aber nicht auf die Insel. Und, äh, was? Die ganze, die ganze, die ganze Map gehört mir. Ja, das kannst du abbauen, das kannst du ruhig abbauen. Ähm, aber bau dir hier dein Haus. Ähm, bitte nicht griefen, weil ich hier wirklich lange gespielt habe. Und das wäre jetzt ziemlich ehrenlos. Aber ich gehe kurz weg. Ich hoffe, du machst hier nicht Schlimmes, bau dir so lange dein Haus oder sowas. Äh, warte mal, hab ich noch ein paar Raketen. Ich ne, äh, so, Miene. Äh, warte, ich muss mal kurz gucken. So. Was nochmal, hast du es gerade gesagt? Ach so. Cool. Äh, ich kann nämlich mal... So, warte mal, hier. Äh, was hab ich denn? Oh man, ich hab kein Schießpulver, das nervt. Ich kann gar kein Russisch. So, ich geh mal hier. Hier hab ich auch nichts. 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 Hast du, hast du vielleicht Schießpulver? Das ist eigentlich... Nee, eigentlich, du kannst... Ja. Ja, das stimmt schon. Ähm... So, warte mal, hier. Was ist hier was dran? Ich hab wirklich kein Schießpulver. Das ist nicht so cool. Äh, aber ich geh mit diesen... Ich glaub, sieben Raketen sollen eh reichen, um dahin zu kommen. Ähm, ich geh so lange mein und... Baut du so lange dein Haus, mach keine Scheiße, okay? Okay. So. Was ist denn hier? Okay, moin. Ich geh jetzt hier erstmal schön liegen. So. 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 Zack, bisschen Holzfarm. Baust du grad schon dein Haus, oder? Nee, du hast ja noch nicht mal Holz oder sowas. Ach so, okay. Ach so. Ähm. So. Und kannst du mal gucken, guck mal, äh, oben auf die Insel. Die hat so lange gedauert, zu bauen. Das war so geil, aber die ist, finde ich, richtig gut geworden. Also, ja. Ich hab das alles über Leben gebaut. Mal gucken. Cheats sind nicht aktiviert und man kann's noch Trophäen bekommen. Ja. Und das kann ja, kann man ja nur in Dings. In, äh, wie heißt das? In Überleben. Ist ne krasse Map, ja. Ist halt meine beste Survival-Map. Ich war, ich hatte noch nie so eine gute Survival-Map. Hier noch ein bisschen Holz. Ähm, jo. Ich hab' fast ein, äh, Stack, äh, Eichenholzstämme. Ich war'm grad auch ein bisschen Holz. So. Ich glaub, ich bin ein bisschen... Alter, ich bin nicht mehr weg, glaub ich. Hier ist noch ein Pferd. Oh, moin. Ähm, so. Ich hab' jetzt exakt 64 Eichenholz. Ähm, und... Wann mal, ich komm mal kurz wieder zurück. Ich hab' jetzt mal kurz wieder zurückgekriegt. Boah. Und... Und... Juhu. Juhu. Ich glaub, es sind fünf Raketen sollten reichen. So. Wo bist du grad? Okay. Er redet mal bitte bisschen lauter, also kann ich ja bisschen lauter reden, oder? Okay. Okay. Weil man halt dich sehr, sehr schwach. Oh, bisschen durch. Seh ich gar nicht. Neben den... Ach, da. Ja, moin. Natürlich schöner Anfang. Hier brauchst du noch ein bisschen, äh, Holz hier. Ach so. Ähm... Warte mal, ich kann dir hier... Hier, guck mal, hier, guck dir mal dieses Schwert an hier. Das ist das beste Schwert im Spiel. Das hab' ich gemacht. Oh, das alles drauf. So, warte mal, ich muss kurz... Äh... Ja, den hab' ich selber gemacht. Hier, guck mal meine Rüstung an. Die ist so krass, das ist auch die beste Rüstung. Aber gibts das da mal bitte alles wieder zurück. Das wär' auch schön. Ja. Bissin... Äh, überall Schutz 4 drauf. Und Schutz 4 ist halt, ja... Einer der... Wenn nicht sogar das beste Enchant mit für ne Rüstung. So. Äh, hier... Ja... Warte mal, ich kann ihm mal helfen hier, guck mal. So, jetzt baue hier einfach deine Hölzplanken so hin. So, ich, äh... Geh mal kurz wieder... Also, warte mal, ich bleib' hier. Ich hol' ein paar, ähm... Creeper, die ich... äh, töten kann für Raketen. Ja, für Raketen, damit ich mit meiner Elytra schnell fliegen kann. So, ich komm' gleich wieder. Hier ist auch noch ein Creeper, warte mal. Wo ist mein Bogen? Hier ist mein Bogen. Hier ist mein Bogen. Hier, nimm' das. Mach' mit dem... Ich mach' Creeper mit meinem Bogen One-Hit. Hier, wo ist ein... Schis-Schis-Schis drüber. So, ich nimm... Ja. Und Eventar ist übrigens behalten, also... Äh, was wir behalten? Nicht behalten. Also, wenn du jemand killst, dann... Verlädte seine Items. So... Okay, nice. Ja, ich bin auch grad' bisschen weiter weg. Hier ist auch ein Creeper. Äh, so, hier. Zombie, komm' her. Traust dich, ne? Oh, kannst du nix machen, ne? Da kann der Zombie nix machen. Ja, warte, ich kann dir meins geben. Verstärkste Schwert. Aber gib sie mir dann wirklich zurück. Ich kann mir so lange irgendwie ein anderer Dier-Schwert oder sowas machen. Hier, weil du Anfänger bist, ich geb' dir auch noch meine Rüstung. Aber gib dann alles wieder zurück. Zieh die an, weil ich glaub' du bist ja noch ein Anfängerspieler. Also hast du lange nicht mehr Minecraft gespielt, ne? Ja, okay. So, ich zieh sie so lange einfach irgend so ne Bilo-Dia-Rüstung an. So, ich mach' mir dann auch noch hier ne Dio, äh, das hier. Und noch ein Schwert. Ja, 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 das war von den Villager. So, ich hab' ich hier einfach so'n, ähm, Bilo-Schwert. Joa, das sind die Villager, die gestorben sind alle. Das waren alles ziemliche Ehrenmänner. Für paar Raketen. Hier, warte mal. Hattest du schon mal jemals in deinem Leben ne Elytra? Hier, nimm mal meine Elytra. Hattest du schon mal ne Elytra? Hier, nimm mal meine Elytra. Hattest du schon mal ne Elytra? Na, na moin. Oh, hier ist ein Schaf. Komm, ich renne mal hier das Schaf. Äh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, in deinem Haus. Hier, warte mal, zack. Und dein Boden ist fertig. Ähm. Ich glaub', ich weiß nicht, ob das ne dumme Idee ist. Aber, äh, soll ich dem mal OP hier geben? Willst du OP haben? OP, dann kannst du alles machen. OP ist der beste, äh, Dings. Dann kannst du alles machen. Dann kannst du nicht teleportieren. Dann kannst du cheaten, alles. Ich glaub', du hast hier schon, äh, noch keine Scheiße gebaut. Deswegen, ich glaub', ich würde mir das auch anvertrauen. Möchte die OP haben. Ja, warte mal. Aber bau' wirklich keine Scheiße, okay? So. Ähm. Ähm. So, bist jetzt OP. Kannst jetzt alles machen, was du willst. Aber bau' keine Kacke. Das ist halt ziemlich nett. Ähm. So, warte mal. Was machen du? Guck mal, warte. Hast du grad' Knochenmehl vielleicht? Und dann kannst du das dir anmachen und dann wird das hier, äh, komplett zum Dingsbaum. Ja, nicht cheaten, nicht cheaten. Nicht cheaten. Nein, nicht cheaten. Wir haben jetzt keine, wir kriegen keine Trophäen mehr. Ey. Jetzt kriegen wir keine Trophäen mehr. Ey, du hast jetzt alles kaputt gemacht. Was hast du dir gecheatet? Ich glaub', es war nicht so ne gute Idee, dir OP zu geben. Ey, man kriegt dann keine Trophäen mehr, wenn man cheatet. Du hast grad gecheatet. Was hast du denn gecheatet? Okay, okay, ich geb' dir noch, äh, eine, eine, äh, eine Chance, okay? Wenn du nochmal, äh, irgendwie kreativ gehst, oder sowas, dann, ähm, und ich das merke, dann, äh, Dings, wirst du, kriegst du, hast du hier keine OP mehr. Okay? Weil, äh, wir kriegen jetzt hier keine Trophäen mehr. Oder warte mal, du kannst mal testen, ob wir keine Trophäen bekommen. Komm mal her. Komm mal her. Hier, ähm, fahr mal hier diesen Weg hier. Diese, diese Minecart-Strecke. Dann kriegt man eine goldene Trophäe. Warte mal, ich hab hier, glaub ich, hab ich irgendwo, ich hab hier noch Eisen. Warte. Ich mach dir kurz ein Minecart. Hier, fahr mal die Strecke hier. Und fahr die jetzt einfach mal. Hä, die, die sind gar nicht an. Was ist denn das? Ah, okay, die sind hier an. Ich spring dir jetzt einfach mal hier nach. Hä? Ach nee, ist ein Creeper explodiert. Ja, egal, komm. Egal jetzt. So, dann fahr ich schon mal, äh, runter. Hast du grad ein Tier getötet? Ja, du weißt schon, also... Ach stimmt, das hab ich noch gar nicht gesagt. Äh, hier auf dem Dings, hier auf dieser Welt ist den Tiere töten verboten. Also, bitte keine Tiere töten, okay? Das ist, das wäre nett. Weil ich hab hier auch selber noch eine Katze oder so. Ah, ich hab unser, das ist ja, äh, das war mein altes Haus. Ich hab dir noch gar nicht unser, äh, mein richtiges Haus, neues Haus gezeigt. Komm. Komm mal mit hier, das sieht man auch von hier hinten. Das ist nämlich im, äh, im, in meinem Berg drin. So, warte, das kann ich dir mal zeigen. Äh, hier, da drin, siehst du, springen wir hier hoch. Siehst du da diese Tür? Komm mal her. Da darfst du nur reingehen mit meiner Erlaubnis, okay? Okay, warte, dann komm mal mit hier. Hier ist, hier hab ich, hier hab ich so einen kleinen Waldbrand gemacht, weil die Bäume sehr genervt haben. Okay. Hier, guck, hier siehst du, ist ja jetzt besser. So, warte mal, ich mach hier, ich muss einen kurzen, man muss einen kleinen Jumping Run machen. Okay, du darfst reinkommen, komm rein. Aber schnell, schnell, bevor unsere Haushühner, äh, gehen. Hier ist meine, äh, Katze. Hier ist meine Katze, Schmidl. Okay. Und hier ist mein Huhn Fred. Aber wir hatten noch einen Huhn, der ist irgendwie weg, keine Ahnung. Ah, das ist meine Kettenrüstung. Die lässt doch... Ne, 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 das soll so, das soll so, das soll so bleiben alles. Das ist so hier unser richtiges Haus. Äh, hier, das hier, das, äh, äh, nicht auf den Kopf gehen, nicht auf den Kopf gehen. Das ist, ähm, so ein, äh, so ein, das soll so ein Teppich sein. Da darf man bloß nicht auf den Kopf gehen, weil, äh, Dings... Äh, ja. Ach, weil man das nicht darf, okay. Warum ist hier ein Teppich drauf? Hast du den hier platziert, den Teppich? Hast du den hier platziert? Wer denn... Ich glaub, das warst du. Weil das darf man gar nicht. Dafür wird man eigentlich hier gebannt, jetzt eigentlich. Okay, ich glaub, ich, okay, ich glaub dir mal. Okay. Aber auf dem Kopf darf, äh, nur hier die Tiere und ich und, äh, ja, das war's. Sonst darf niemand auf den Kopf gehen. Weil das ist so praktisch der Kronen hier. Äh, okay, äh, komm, lass mal wieder rausgehen. Gehen wieder mal zum Dorf hier. So. So, ja. Hier, zack, zack. Ähm, dann gehen wir jetzt nochmal zum, zum Dorf, ne? Und... Warte, ich hab dir das oben... Na, warst du schon oben? Bei den See? Ja, okay, dann komm, ich zeig dir das auch mal. So, warte mal. Ich muss kurz hier was essen. Ah, und noch eine Regel, das hab ich dir gar nicht erzählt. Ähm, du darfst mich niemals killen. Aber ich darf alles, okay? Okay. Das musst du hier hören. Ich darf alles killen, alles machen, was ich will, okay? Kommen wir hier hin. Das ist hier oben die Insel, hier sind die ganzen Villager. Und hier ist ein Eisengolem. Ja, äh, 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 nicht auf die Blume springen. Die arme Blume, lass die doch mal in Ruhe. Du belästest auch hier den Villager beim Arbeiten, es geht aber hier auch gar nicht, ne? Dafür müsste ich dich jetzt eigentlich bannen. Okay, dann nichts. Dann, okay. Ja, okay. Also, hier ist die Villager-Insel, hier sind noch ein paar Beagons oder sowas, ne? Und, äh, ja. Äh, nein, das kann man nicht. Ja, nur mit einem Glas geht das sonst. Sonst geht das nicht. Ähm, warte mal, hier. Hier, weißt du, wie der heißt hier, der Villager? Da ist Fred. Geht. Äh, schlag ihn einmal mit dem Schwert, der wird das überleben. Das ist so ein Gehackter. Guck, der hat das überlebt. Mach nochmal. Überlebt das. Der kann nicht sterben. Ist das dein Ernst? Hä, was hast du gemacht? Der kann nicht sterben. Hallo? Der kann, der kann gar nicht sterben. Das ist eigentlich unmöglich. Das hast du gemacht, dass er gestorben ist. Ey, du hast gerade Fred umgebracht. Ja, aber du hattest, glaub ich, irgendeinen Heck an, damit der sterben kann. Ich glaub, es hackt. Hier. Also, der Eisenkronum rastet auch schon aus. Hä, was hast du gemacht? Warum ist der gestorben? Ja, okay, also... Ne, also das reicht mir jetzt eigentlich auch. So, ich mach dich wieder... Mitglied, du wirst jetzt hier gebannt. Gib mal bitte jetzt wieder meine Items zurück. So, du wirst jetzt hier gebannt. Fertig. So. Danke. Danke, danke. So. Hier. Weil das geht halt hier wirklich gar nicht, oder? Das schon... Das ist hier einfach... Das ist einfach Fred umgebracht. Das ist hier verboten. Das weißt du schon, ne? Doch, du hast wohl was gemacht. Ich glaub, es hackt. So, warte. Komm mal nochmal her, hier. Komm mal nochmal her, hier auf die Insel. Wo hast du denn du ganzen Dears her? Nein, das stimmt gar nicht. Hast du etwa mir... Hast du mich geklaut? Ne, nein, ne, das reicht mir jetzt. Ich... Ich glaub, es hackt. Nein, ich werd dich jetzt hier bannen. Ich werd dich jetzt hier bannen. Und, ähm... Nein, das funktioniert... Nein, das ist nicht so. Das... Wann denn? Guck. Jetzt lügst du mich noch an. Also, das geht halt wirklich gar nicht. Das ist halt wirklich... Nein, das ist unverschämt. Ich banne dich jetzt hier. Du darfst jetzt nie wieder drauf spielen. Ähm... Und... Ja, dann würd ich sagen noch... Äh... Viel Spaß. Ähm... Warte, ich wollt... Ich wollt ihr nochmal was sagen. Ist dir vielleicht was aufgefallen, dass ich die ganze Zeit so asozial war? Nein? Ist dir nicht so aufgefallen, dass ich so asozial war? Weil ich hab dich grad komplett verarscht, ne? Hä? 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 Und, äh... Du bist auch grad in deinem Video drin. Und zwar hab ich das dir grad gar die ganze Zeit aufgenommen. Und ich wollt mal testen, ob du vielleicht irgendwie ein Griefer bist. Oder mich einfach killst mit meinen Sachen. Oder ich wollt dich einfach abfacken. Hä? Und, äh... Ja, du hast den Test bestanden. Du warst korrekt... Ja, du warst korrekt und hast nichts gemachtes. Nichts gemacht. Das war alles nur ne Verarsche. Man kann's natürlich hier weiter drauf spielen. Ich kann dich eigentlich auch hier gar nicht bannen, weil das ist eine normale Welt. Hä? Ist das schlimm, dass ich das aufgenommen hab? Dürfte ich das vielleicht auf YouTube aufnehmen? Weil ich weiß gar nicht, ob man deine Stimme hört. Das muss ich mal gleich gucken. Aber du wurdest grad... Von mir verarscht. Ja, oder? Hä? Äh, da oben liegen noch deine Sachen. Die hab ich nicht aufgenommen. Kannst du noch holen. Übrigens, ich hab mir extra eine kopierte Welt geholt von dieser Welt hier. Weil, falls du gegrieft hast, oder irgendwas gemacht hast, dass ich das einfach dann neu starten kann. Ähm... Ja, du hast nichts gemacht. Du warst ein braver Spieler und hast irgendwie mich nicht gekillt oder sowas. Weil ich dachte eigentlich schon, wo ich dir so irgendwie OP oder sowas gegeben hab, dass du irgendwie richtig kacke machen würdest. Oder mich selbst kicken würdest. Aber das geht auch. Aber das... Aber das... Ja, man kann den Dings kicken. Aber dann wird man beide gekickt. Ähm... Dürfte ich das auf YouTube hochladen? Oder nicht? Okay. Okay, das ist ok für dich. Hallo? Wäre das... Wäre das ok... Wäre das ok für dich, dass ich das hochladen würde? Hallo Ja, wäre das okay für dich? Brauch ich mal Ja, okay, das ist korrekt Ähm, ja dann, Leute Das war ein Video, das war die erste Folge von Ich verarsche Leute Und ja, hier sind noch ein paar Sachen, die kannst du auch alle aufnehmen Äh, heute war ich mal ein bisschen Äh, ja nee, das waren andere Sachen dahin Wir sind noch kleine Sachen Äh, ja, ich hab dich heute komplett hochgenommen Komplett verarscht Ich war richtig asozial Ja, und dann würde ich sagen, Leute Äh, wenn das Video euch gefallen hat Lasst gerne ein Like da Gerne ein Abo auch Und, äh, willst du noch irgendwas sagen? Was willst du denn noch sagen? Machsam, was? Machsam? Ja, okay, Leute, dann machsam Und Ey, du, was hast du gerade gesagt? Wachsam Achso Ich hab irgendwie wachsam gehört Ähm Leute, dann noch einen schönen Tag Und dann würde ich sagen Äh, ciao Leute Ja, da〜 Ich Ja, da Ich bin Ja, ich bin Äh Ich bin makers